Musik Du kannst dich ganz kurz vorstellen, das ist mein Name und Alter. Mein Name ist Kerstin, ich bin 46 Jahre alt und ich habe seit 23 Jahren MS. Wo lebst du? Ich wohne in London, schon seit 11 Jahren. Wie ist es dazu gekommen, dass du in London bist? Du bist ja eigentlich aus Deutschland auch. Ich komme aus Hannover, genau, aber ich habe schon über uns auch gelebt und auch in Frankreich und da habe ich in Grislo bei der Arbeit meinen Mann kennengelernt und wir haben uns überlegt, wir wollen vielleicht woanders auch mal leben, haben wir uns Paris angeschaut und auch London und haben gedacht, London wäre nicht schlecht und da mein Mann amerikaner ist und englisch spricht und dann haben wir gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir irgendwo hinziehen, wo Englisch seine Sprache ist. Also London war unsere Wahl. Was waren bei dir die ersten MS-Symptome? Wie hat sich die Krankheit zuerst bemerkbar gemacht? Und zwar, ich war früher sehr aktiv beim Hockeyspielen, ich habe sehr aktiv Hockeyspielen in der Nationalmannschaft, sogar Bundesliga und so weiter und da hatte ich einmal angefangen mit Krämpfen in einem Bein beim Hockeyspiel, Bundesligaspiel. Krämpfe nur kurzzeitig, nur ein paar Sekunden, dann bin wir aufgehört und wir besser geworden. Ja, aber es ging weiter, wo dann was schlimm war. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und da hat er vielleicht eine Bandscheibe fast. Bandscheibe, typisch wahrscheinlich. Und dann hat er mit Spitz in die Bandscheibe gejagt und ja. Und dann hat er gesagt, okay, vielleicht mal zum Neurologen vorbeischauen. Und der Neurologer hat gesagt, kein Spinnen und Lombarpunktion. Und dann hat er die Diagnose bekommen, MS. Das war ein Schock. Du warst ja damals richtig Leistungssportler in der Bundesliga. Wie konntest du damit umgehen, dass jetzt auf einmal diese Diagnose MS da im Raum stand? Ich habe es nicht akzeptiert. Ich habe gesagt, nein, das kann nicht sein. Ich habe kein MS. Mir geht es gut. Also einfach weiter machen, wie vorher. Genau. Und bis wann ging das? Also kam dann der nächste Schub irgendwann? Ja, ich habe also ungefähr zwei, drei Schubel jedes Jahr gehabt. Aber die Wunde war besser. Also ich habe immer weiter, ich habe meine Studiumsdiensteine gebracht. Also ich habe meine Studiumsdiensteine gebracht und dann habe ich dann angefangen zu arbeiten. Bei Leiko ist eine Internetbesuchmaschine. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt habe. Und dann habe ich dann aber dann einen ganzen Stimmschub bekommen. Und dann kam ich auf Reha. Also normaler Verlauf. Deine Schwester hat auch MS? Ja, die hat leider auch MS. Gibt es Unterschiede bei euch, wie ihr beide mit einer Erkrankung umgeht? Ja, es ist schwer zu sagen. Meine Schwester hat die MS später bekommen als ich. Und sie ist aber sechs Jahre älter als ich. Sie hat die MS sehr viel später als ich bekommen. Sie konnte damit gar nicht umgehen. Dann könntest du ihr irgendwie weiterhelfen? Weil du könntest ja mit der MS schon ein bisschen besser die Erkrankung haben. Ja, genau. Sie hat es nicht angenommen an Hilfe. Sie hat gesagt, nein, nein. Ich mache es nicht. Es ist alles okay. Mir geht es gut. Na, Mord. Letztendlich aber hat sie jetzt leider einen sehr viel schlimmeren Verlauf als ich ihn habe. Und ich kann mich sehr durchschießen, dass ich noch so gut drauf bin. Und dass ich immer, ja, mir geht es eigentlich gut. Ich kann mich nicht beklaren mit MS. Meine Schwester ist ja jetzt aber in einem MS-Heim und kann nicht mehr laufen. Und es ist sehr viel schlimmer dran als ich. Warst du schon mit deinem Ehemann zusammen, als die Diagnose gekommen ist? Nee, nee. Erst die Diagnose, dann hat mein Mann mich kennengelernt. Und wie hast du Ihnen davon erzählt, dass du MS hast? Ich habe gesagt, dass ich MS habe. Auch ziemlich schnell? Also bei der Firma, bei Leikos habe ich, bei meinem Chef, bei einem Einstellungsgespräch gesagt, hey, übrigens, ich habe MS. Also, ich habe zwar gedacht, ich muss ehrlich sein von Anfang an. Aber das ist kein Problem, hat er. Okay. Haben sie von Anfang an gleich gewusst. Und auch mein Mann dann. Da haben sie mich ganz voll unterstützt und so. Und haben mir Hilfe gegeben und so weiter. Aber mir geht es lange sehr gut. Mir geht es immer noch gut. Wie hat dein Ehemann denn reagiert, als er gehört, dass du MS hast? Fühlt man es okay. So kurz und bündig. Er hat mich kennengelernt, er hat mich geliebt. Und er hat gesagt, okay, ich bin für dich da. Aber er hat keine Einstellung gehabt und so weiter. Ich bin nicht, dass ich voll gearbeitet mit ihm war. Er war ein Kollege von mir. Für ihn war es kein Problem. Immer noch kein Problem. Und vom Arbeitgeber her, du sagtest das ja vorhin schon kurz, gab es auch keine Probleme? Nee, da gab es überhaupt gar nichts. Ganz, ganz toll unterstützt. Und wie sah die Unterstützung so aus? Gab es da besondere Arbeitsbedingungen? Ich sag mal so, ich musste einmal auf die Reha gehen. Da hat mein Chef mir sogar ein Buch geschickt. Über ein Mess und so weiter. Toll. Das war alles ganz toll. Und ansonsten, ich habe dann am Ende, meine Arbeitszeit wird verkürzt dann von 40 Stunden auf. Drei Tage die Woche nur noch, weil zu viel Stress war nicht gut für mich. Das hat gleich ein Schub vor der Opa und so weiter. Und das war kein Problem für die. Ja, das ist echt super. Sehr hilfreich auf jeden Fall. Du hast lange in den USA gelebt und lebst jetzt schon sehr lange in Großbritannien. Welche Unterschiede hast du so festgestellt, wie das auf die Therapie, den Zugang zu Therapien und die Informationen zu den Möglichkeiten? Also in den USA habe ich nur drei Monate einen Schlimmschuld bekommen. Aber das MS-Zentrum hat mir toll geholfen. Mit Cortison und so weiter. Also ohne Probleme. Ganz problemlos. Und in England, wo ich in den Kingdom, das war super. Tolle Erfahrungen habe ich persönlich. London hat viele Neurologen und die sind da sehr weit vorne in der Forschung mit dabei. Und die haben auch keine Probleme, ein paar Risiken einzugehen und man bekommt immer ein Krankenhaus. Das heißt, man wird immer beobachtet da und so. Und das ist toll. Also ich habe gute Erfahrungen mit da mitgemacht. In England auch. Welche Bedeutung hat Sport in deinem Leben? Die Frage verübrigt sich fast, weil ja schon zu Beginn gesagt hat, dass du auch Hockey gespielt hast, schon als du ganz jung warst. Ja. Aber es geht ja jetzt weiter. Also trotzdem erst machst du ja weiterhin Sport. Sport ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, ein ganz wichtiger Teil von meinem Leben. Also auch als Kind schon und jetzt auch wieder. Und zwar hatte ich jetzt vor zwei, drei Jahren Probleme mit dem Laufen bekommen. Ich war sehr austurbiert und dachte, also ich war unsicher an meinem Bein. Da hatte ich meine G-Stadt immer mit dabei und so weiter. Und ich dachte, das kann nicht sein, damit wir laufen können. Das geht nicht. Dann habe ich dann einen Plates Center gefunden, wo man Plates bauen kann. Und dann habe ich dann angefangen, Plates zwei, drei bis vier Mal die Woche zu machen. Und allmählich hatte ich die Veränderung und merkte, dass meine Muskeln ist gestärkt. Ich wurde sicherer auf meinem Bein, ich wurde stabiler, mein Zentrum auch und so weiter. Ich hatte gewusst, also ich konnte wieder laufen. Ich war am Anfang, ich konnte wieder laufen. Ich bin glücklich. Ich bin sehr glücklich darüber. Also ich kann mich sehr glücklich schätzen, weil es mir so gut geht jetzt. Wie integriertest du das Training in deinem Alter? Ich habe Gott sei Dank Zeit dazu, weil ich schon Rente bin, bin in der MS, schon verrentet. Das heißt, ich kann ja da hingehen, also drei bis vier in der Woche und das ist auch wirklich lange, nur eine Stunde jeweils. Also es reicht aber aus. Und das Beste ist, bei Sport allgemein, dass die Glückshormone freigesetzt werden. Endorphine. Nach einer Stunde im Plates bin ich so glücklich, dann kann ich echt so sagen, ja, ich habe etwas gemacht. Das ist Unterschied. Ich bin ganz, alles wird aufgeräumt im Kopf und so weiter und ich, ja, meine legale Droge ist das. Wenn dir irgendwie trotzdem mal die Power ausgeht, hast du ein Rezept, wie du den inneren Schweinehund überwinden kannst? Weil ich sage mir dann, mach das jetzt und dann wird es dir auch danach besser. Ich weiß, dass es dir danach besser gehen wird. Okay, ich habe auch einen Moment, wo ich sage, nee, es regnet draußen oder ich bin müde so weiter. Sag ich mir, nee, geh hin und danach wirst du wacher sein, wacher und dir wird es besser gehen. Muss ich immer wieder sagen. Es ist immer wieder vor Augen führen. Das darf man nicht vergessen. Bei mir geht es so gut damit. Was auch beim TV-Sport der DSG mitgewirkt. Was hat dir das bedeutet und welche Erfahrungen hast du da gemacht? Das war eine tolle Erfahrung, weil wir alle da teilgenommen haben und alle so eine Gemeinschaft gebildet haben. Alle haben eigene Geschichten gehabt und so weiter. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Aber das war toll. Wir haben alle was Gemeinsames gehabt. MS. Aber alle, trotzdem, so verschieden. Es war interessant. Gibt es irgendwas, was du anderen MS-Erkrank mit auf den Weg gehen möchtest? Geht nicht auf. Mach doch mal weiter. Ja. Auch wenn ihr da mal unten seid. Versucht es zumindest weiter zu machen. Ja, super.